Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Tiki! Also ich mache heute mein erstes Video, MyCraft. Ich habe noch nie gespielt. Ich habe noch keinen. Ich habe noch keinen, aber das Wichtigste sind natürlich Schafe wegen Bett. Okay, da wird es wirklich geschlachtet werden. Und wenn ihr gerne wollt, dann könnt ihr ein Abo oder ein Like da lassen. Das würde mich sehr, sehr gerne unterstützen. Und ja, jetzt brauche ich Holz. Wenn ich ein größererer bauen muss, wenn ich es nur zum Abbau habe. Entschuldigung. Starten. Ich habe immer mal am Handy. Ähm, jetzt habe ich das erste Baumstamm, zweite Baumstamm, dritte. Und diese, also ich habe ein Projekt gestartet, das wird MyCraft YouTube behalten. Oder MyCraftLand. Ihr könnt auch in den Kommentaren abstimmen, wie es heißen soll. Ich mache noch eine Abstimmung. Aber ihr könnt schon mal nachdenken, wie ich es nennen könnte. Ich habe noch nicht so einen richtigen Plan, wie es heißen könnte. Da ist ein Axolode. Von der echten Wette ist voll agressiv. Ich habe hier eben platziert, dann nehme ich lieber mit. Wo kann ich es wegbauen? Da. Okay. 28. Ich hoffe, das wird für was erreichen. Ich mache, glaube ich, lieber alles. Boah, diese neue Rezepte nerven langsam, aber schon. Ich denke, ich baue ich mir ein paar Stäbchen. Lass auch mal ein bisschen Holz frei. Eine Werkbank. Ich habe noch zwei. Achso, ich dachte, ich habe nur zwei Holz freigelassen. Da gehe ich, glaube ich, erst mal nur auf. Schwert. Und Spitzehackle. Axe baue ich gleich. Ich bin auch wirklich kein Profi, ja. Ich versuche, mich noch besser hier in Minecraft durchzubauen. Und ich versuche, hier ein ganzes Land zu bauen. Also eine riesige Stadt mit vielen Dorfbewohnern. Ich möchte dann einfach auch nicht aufklauen, aber darüber reden wir lieber nicht. Ich muss noch ein Amt kommen. Aber, ja, und neues Rezept freigestaltet Stein. Ich mache, glaube ich, auf 18 Stein oder 20. Schade, dass es noch keine Steinrüstung in Minecraft gibt, weil das fehlt wirklich. Weil dann hätte man am Anfang immer eine gute Rüstung. Aber sie wäre halt schlechter als eine Lederrüstung. Aber das ist ja egal. Aber das würde auch keinen Sinn ergeben, weil Stein ist ja stark und schwer. Ich weiß nicht, weil das... Aber Metall ist auch schwer, aber die schützt nicht auch viel. Und, ja, jetzt habe ich 21 Stein. Jetzt brauche ich mir erstmal einen Ofen. Weil den Ofen kann ich ja immer alles braten. Wo ist meine Werkbank hier? Da gehe ich ja erstmal auf die Stein-Tools. Was ist denn hier? Warte, wo ist es? Nö. Ja, hier war der Ofen. Ich habe auch einfach eine Truhe gekrabt. Aber darüber reden wir lieber nicht. Ich habe es einfach falsch verdrückt. Okay. Ich brauche erstmal das nicht. Dann wechsle ich das. Das, glaube ich, mit dem Ofen. Und das mit der Truhe, ja. Oh, nein. Ich muss hier noch die Werkbank abbauen. Und die brauche ich, glaube ich, am wichtigsten. Aber nein, erstmal gehen wir auf Kühe, ja. Und wir mal ein bisschen mit Leder auszubauen. Ich habe mir einfach gar kein Leder getrocknet. Habe ich voll gesehen. Ich habe gesehen, dass nur Pferde und Kühe Leder gehen. Ja, ich habe Leder bekommen. Wie viel? Zwei. Ich brauche noch genau zwei. Und dann kann ich mir eine Leder-Für machen. Ich würde, glaube ich, nicht sofort auf Eigen gehen. Da bin ich Kürbis. Kürbis kann man ja auch leider in Minecraft nicht essen. Kürbis ist auch schade, weil man hat sofort in einem Vorrat. Aber man kann sich auch nicht... Meistens hat auch viele Kuhle-Wachen. Es gibt noch eine Kuh. Hoffentlich kriege ich sie aus euch. Minus 25, vier, ein oder zwei. Bleib hier stehen. Bleib hier stehen. Da waren nur drei. Minus 20, vier, ein oder drei. Minus 5, vier, ein oder drei. Minus 20, vier, ein oder drei. Hoffentlich gibt es mir ein Leder. Ich habe mein erstes Anhaltsherz verloren. Am ersten Tag. Der hat mir jetzt viel Leder gegeben. Fünf. Ich glaube jetzt sogar auf einen Helm. Wie viel brauche ich für eine ganze? Ja, guck, wenn ich das habe, dann brauche ich nur noch vier. Ich brauche... Ich brauche, glaube ich, einfach einen Helm. Ja, jetzt habe ich ihn schon ausgedrückt. Ich habe mir einen halben Richtungspunkt gegeben. Einfach ein Schaf. Zwei Schafe. Bitte gib dir eine Wolle, bitte. Ich brauche nur die Wolle. Ich muss mich jetzt... Achsschlachten. Hallo? Wollt ihr ja auch nicht bleiben? Okay, zweite Wolle. Jetzt gib mir auch bitte nur eine Wolle. Ja! Jetzt kann ich mir einfach im Bett. Ich brauche mir jetzt, ich gehe sofort aufs Bett. Sofort aufs Bett. Das ist einfach von der wichtigsten Sache normal ist, dass du die Nacht überstehst. Weil ich habe keine Lust in der Nacht, die von Zombies angegriffen zu werden ermordet. Dann habe ich leider kein Leben mehr. Was? Mit dem Projekt? Ein Esel? Boah, wie kraftet man eigentlich immer? Oh, ein Baby. Baby etwa. Welche Sache? Okay, das ist das Pferde-Rüssel. Doch eigentlich ist ein Sattel. Das sind alle Rezepte, die ich erst freigeschaltet habe. Das ist wenig. Das sind alle, die ich jetzt erst freigeschaltet habe. Dann könnt ihr euch wissen schon. Oh, hallo Baby etwa. Ach so. Brauchte ich. Ob ich jetzt nicht. Boah, ich schicke erst jetzt das minimale Lochmanikäune. Meine Matriäune, dass man sich voll in die Seite oben. Ich habe schon lange im Hör. Und halb im Hörqual. Aber immer. Boah, ich muss mir überlegen, dass ich mein Haustier noch auf mein Bett baue. eine kuh erledigen jetzt gehe ich zur kohle dass man fackeln machen kann es keine monster bei der sporen das ist ein paar fackeln reichen aber ich bin lieber alle kohle mit weil es brennt auch sehr gut das ist also ein überlebens das damit kann man machen und damit krieg ich das ist ein paar das ist ein paar das ist ein paar Ich hab schon Level 3. Ich hab schon Level 3. Dann kann ich... Oh, es ist doch schon fast noch. Okay, bis die Sonne unter ist, hab ich... Aber es sieht so aus, dass hier ein Tier lebt. Das gibt's aber nicht im Mikrofon. Hallo, ich will doch jetzt einfach nicht schlafen gehen. Ich will schon mal so nach. Oh, ich lach nicht. Mich keiner anreffen? Ich hab das. Mitnehmen und auf die weitere Reise machen. Nächstes Schaaf. Schaaf kann man immer gebrauchen. Da ist nochmal ein Kohleblock. Lohnt sich ein Kohleblock? Nö. Den nehm ich dann lieber nicht mit. Boah, da ist ein Wasser. So, da ist das Meer. Hier gibt's ja nur... Hier gibt's ja nur... Hier gibt's doch fast gar keine Tonne. Das ist wirklich verbrauchlos eigentlich im Dorf. Keine lange Tonne. Da gibt's eigentlich nur eine ganz normale... Da gibt's ja sehr viele Tiere. Sehr viel Essen. Und man daran denkt, dass... Weniger Bett. Und ja, aber keinen Druck. Aber die Lungen sind irgendwie schön. Ja. Aber was macht denn ein anderer? 5, 4, 3, 2, 4... 2, 4... Ne, du rennst jetzt nicht weit. Ich sag dich jetzt. Hab ich jetzt schon mal wieder? Also das Lade. Komm her. Komm her. Ja, okay jetzt. Wie ne Melonen. Damit kann ich gut... Lang essen. vielleicht muss ich dann ja immer sollte ich im baumhaus war ja das ist glaube ich der fluss amazon es ist sicherlich der fluss amazonas aber da ist er noch nicht so tief da drin jeden einzelnen füßen angegriffen damit könnte ich mir jetzt schuhe schon kraftig bei rüstung was habe ich denn jetzt ja okay dann lohnen sich die schuhe am besten habe ich jetzt auch schon an ja noch mal okay dazu sage ich ja nicht nein essen doch ich ja immer und ich glaube ich zeige euch dann wenn ich einen perfekten spot für mein haus gefunden habe 3 brustplatte wäre glaube ich das nächste was ich machen würde ich habe keine rüstung habe ich schon im rüstung ja ich brauche noch sehr viel da ist noch eine kuh so jetzt ist ein perfekter spot hier habe ich genug kür vier vier ja da könnte ich doch schon was kraften warum habe ich noch nichts für rüstung hallo sie doch an rüstung kraft war ich glaube hier habe ich glaube ich den perfekten spot gefunden da muss ich glaube ich ich finde aber es sieht schön aus ja ich glaube ich werde das ist hier ab alles im haus zu kürzen und dann mein haus zu bauen habe ich noch ein paar kärle Ich muss überlegen, ich baue, glaube ich, das Haus jetzt nicht zu passen. Hier baue ich dann noch. Also ich baue es jetzt ja nicht zu passen, aber also versuche ich. Es wird ja noch ein schönes Haus sein, wie sie wollen. Es soll ja nicht so hässlich aussehen. Dann kann ich mich einfach sofort von hier anfangen zu bauen. Ich wollte auch nicht ein kleines Haus sein, sondern relativ ein großes. Hallo, ich habe noch ein Doppel-Träger dran. Und meine Angst ist, ich habe noch halb bis zwei gemacht. Ich wollte eigentlich, ich habe vorhin gesagt, ich habe noch halb bis zwei gemacht. Und das ist mein Bestes gelohnt. Ich habe noch ein bisschen gebraucht. Ich habe noch ein bisschen gebraucht. Und das ist mein Boden. Ich habe noch ein bisschen gebraucht. Ich habe noch ein bisschen gebraucht. Da. 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 Und die Blume noch weg. Und jetzt das alles mit Erden. Mit. 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 Eine Jammer. an den Seiten hoffentlich, oder nein, ich baue es gleich nochmal weg und baue dann da, das gefällt mir nicht nur ein auf jeden Fall. Dafür brauche ich ja viel Holz. Es wurde ja noch perfekt. Das muss ich halt nicht machen. Es wird okay, aber schnell. Perfekt vorhin gereicht. Los. Oder außen. Die Leute gucken noch mal auf den Fenster. Und die Türen. Ich kann. Ich weiß, aber es ist ja schon gleich Nacht. Man sieht ja schon, wie es dunkler wird. So abends. Ich bin scharf, aber ich habe schon genug im Bett. Ja, ich weiß. Aber man kann schon spielen. Ja, Billy, das ist okay. Ich weiß, das ist ja schon gerade auf den Wald. Die Wald und so, ja. Von Ralfsitz. Nö, ich kann jetzt mal flachen gehen. Und dann morgen. Und dann war noch mein Haus drün es für Nacht. Das kriege ich ja noch so ein bisschen Holz. Wacko Creeper. Stimmt. Creeper ist so jungen. Creeper ist so jungen. Creeper ist so jungen, aber die brennen in der Sonne. Dana sollte ich auch denken. Ja. 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 jetzt muss ich halt nur noch und ich kann ja noch sand braten also kraft ich jetzt eine tür und ein boot das war auch nicht smart, dass ich hier übers wasser fallen kann, dass ich mich nicht raus machen muss ich habe einen riesen pandabeer boh, noch mehr essen? eigentlich kann ich ja jetzt schon genug essen die melonen kann ich ja wann anders mitnehmen, wenn ich wirklich, wirklich hier mal habe habe ich noch geiles wie fehlt das eigentlich eine schaufel ok, warte holz schaufel nein, warum geht das nicht? was fehlt mir denn? oh, jetzt kann ich eine holz schaufel kraften und ich glaube ich brauche ich brauche 1, 2, 3, 4, 5 das sollte jetzt passen und jetzt schnell zurück in mein Haus und das braten lassen kann ich, ich sehe mein Haus jetzt schon aber man sieht es voll schlecht in der Naturwahl so sieht die Bäume jetzt noch die Lian und so gut getan brennstoff 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 und schlafen diese Nacht ist schlafen ja in der Nacht hat sich was gar nicht flittern als ich fünf Glas brauche neues Rezept freigeschaltet ich brauche dringend noch mehr Glas in der Nacht boah, ich habe hier noch die Truhe die Truhe lege ich hier hin ich habe auch nur ein Haus, das vorübergehend ist ich glaube jetzt nicht da tue ich glaube ich alle Müllsachen, die ich jetzt nicht brauche brauche oh, ich habe hier ein Wettling das das brauche ich Schaufel brauche ich nicht Blumen brauche ich nicht Leder ja ja und jetzt noch die Melonen nach vorne und ja wahrscheinlich muss ich jetzt wirklich mal die Melonen essen gehen noch eine noch eine noch eine noch eine ist alles fertig gebrannt uff ich habe genau mit einem eins verrechnet muss ich jetzt wirklich nur wegen einem verdammten hm geh weg komm mit mir folg mir noch Skelett oh ja da muss ich dann zwei one shot one shot hm das freit jemand ins Rezept soll ich Knochen mehr? ah ja wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hund suchen würde brauche ich den aber Leute, hey Leute, ich glaube das war es mit dem Video wenn es euch gefallen hat könnt ihr gerne Like und Abo dalassen und tschüss Leute, bis nächstes Mal.